So liebe FPV-Freunde, die brandneue DJI O3R Unit ist da und ich möchte euch jetzt mal so meine allerersten Eindrücke zum Gerät selber, zum Preis, zur Performance und auch zum Einbau in meinen Coptern geben. Mir kommt das Ganze ziemlich bekannt vor, weil ich das Video gerade schon mal aufgenommen habe und dann gemerkt habe, dass das Mikrofon nicht eingesteckt war. Also brandneu ist das Ding. Es ist aber keine große Überraschung, dass die jetzt rausgekommen ist, weil eigentlich war schon ziemlich lange bekannt, dass da was Neues kommen soll. Ich glaube, seit September oder Oktober gibt es schon Dokumente über die Air Unit, was die Zulassung angeht. Von dem her war ich jetzt ein bisschen überrascht, dass die jetzt so spontan rausgekommen ist, aber ohne großes Gelege und so im Voraus. Egal, es ist wie es ist. Hier ist das gute Stück und ich habe das Ding schon in den Copter eingebaut, die ersten Runden gedreht und möchte euch jetzt mal meine allerersten Eindrücke davon schildern. Bevor ich das jetzt aber tue, muss ich erstmal Danke sagen an Globeflight für die Unterstützung. Die haben mir nämlich die Air Unit wieder zugeschickt, damit ich die ausprobieren kann. Ja, leider muss ich die dann irgendwann wieder zurückgeben. Oder vielleicht kaufe ich sie mir doch. Mal schauen. Ziemlich sicher werde ich mir die kaufen. Okay, das ist jetzt schon mein kleines Fazit vorab. Das Ding ist zwar teuer, aber es kann sich unter Umständen schon wirklich lohnen. Also, es ist ja so, dass die Air Unit jetzt in 4K60 intern noch aufzeichnen kann. Wir können, wenn wir die neue Gurgel haben, dann in 1080p die Übertragung haben. Also, das ist schon wirklich sagenhaft, was damit halt möglich ist. Ich war ganz einfach aus zwei Gründen wirklich scharf drauf, die Air Unit jetzt mal in die Hände zu bekommen. Einerseits bin ich ja im Sommer die Avata geflogen und habe schon gemerkt, okay, das neue Übertragungssystem ist wirklich sagenhaft. Und das steckt jetzt nämlich hier drin. Auf der anderen Seite können wir jetzt hier Onboard aufnehmen und können uns vielleicht den zusätzlichen Aufwand sparen, indem wir eine zusätzliche Action Cam auf unserem Copter drauf montieren. Damit habe ich natürlich einerseits dann das Geld für die Action Cam gespart. Auf der anderen Seite bekomme ich aber halt auch noch längere Flugzeiten hin. Ja, das ist möglich, weil wir jetzt in 4K60 direkt mit der FPV-Kamera aufnehmen können auf der Air Unit. Und die Kamera ist nämlich die aus der Avata und ich glaube auch aus der DJI Action 3, Action 2. Also das müsste irgendwie so dieses Modell dann sein. Ihr seht also, der Preis ist an der Stelle dann relativ, weil ich halt hier wirklich eine interne Action Cam direkt noch mit verbaut bekomme. Ja, und für alle, die sich das jetzt ein bisschen genauer anschauen wollen, unten in der Videobeschreibung findet ihr natürlich auch Links zur Air Unit, wo ihr da mal die ganzen Specs durchschauen könnt und die dann gegebenenfalls auch kaufen könnt, wenn ihr wollt. Okay, wir kommen jetzt aber mal zur Auswahl des Copters. Welchen Copter habe ich jetzt benutzt, um die Air Unit da drin mal zu verbauen? Okay, mein allererster Gedanke war, die Air Unit muss hier rein, in den kleinen Beta-FPV-Copter. Das Ganze würde sich einfach megamäßig gut anbieten, weil ich dann wirklich ein kleines System hätte, 4K-Video direkt aufzeichnen und meine Naked GoPro, ja, die hat leider den Geist aufgegeben. Wäre also super cool, aber es gibt da so ein paar kleine Probleme. Einerseits ist hier vorne eine kleine FPV-Kamera, das heißt, man müsste erstmal hier einen neuen Mount machen, um die große Kamera dann überhaupt da unterzubringen. Und dann ist halt wirklich die Frage, ob man die Air Unit hier hinten dann tatsächlich auch unterbekommt und dann halt auch an den USB-Port und den SD-Karten-Slot drankommt. Waren also alles ein bisschen viele Fragezeichen, deswegen ist sie da jetzt mal nicht reingewandert. Und trotzdem ist es hier oben gespeichert und ich hätte auch wirklich Bock, das dann so auszuführen, weil das wäre einfach mega cool, so ein kleiner Whoop und dann das kleine Profil. Man könnte einfach überall dann wirklich durchfliegen und hätte eine super Video-Qualität. Okay, nächster Gedanke, mein Lieblings-Copter, die iFlight Nazgul Evoque im Deadcat-Design. Wäre mega cool. Vor allem Deadcat-Design, das wird sich megamäßig anbieten für die neue Kamera, weil wir einfach eine sehr weitwinklige Kamera haben, die hat 155 Grad Blickwinkel. Dementsprechend bietet sich ein Deadcat-Design an, damit wir hier die Propeller nicht im Bild haben. Bei der FPV-Kamera stört mich das prinzipiell gar nicht so, wenn die Propeller da im Bild zu sehen sind. Aber wenn wir das halt parallel direkt zur Aufnahme nutzen wollen, dann ist das Ganze natürlich ein bisschen anders. Da möchte ich dann die Props einfach nicht im Bild drin haben. Würde sich also super dafür anbieten, bis auf eine Kleinigkeit, nämlich haben wir hier bei der Evoque ja ein geschlossenes Gehäuse, damit hier nicht so viel Dreck und Spritzwasser und so reinkommt. Ja, und DJI sagt aber selber, hey, montier die Air-Unit bitte irgendwo, wo sie genug Luft abbekommt, weil das Ding sehr heiß werden kann. Wir haben einerseits mehr Leistungsaufnahme in der Air-Unit und das Ding ist halt auch nicht viel größer geworden. Dementsprechend kannst du halt zu thermischen Problemen kommen. Dann ist also der Copter auch schon mal ausgeschlossen. Ja, was soll ich jetzt zu meiner Nazgul sagen? Ein X-Design, ja, Props im Bild. Fällt also auch raus. Bleibt also noch mein geliebter GapRC CineLog 35 HD. Und um es kurz mal vorweg zu nehmen, das ist wirklich das perfekte Opfer. Also das hat wirklich super gut geklappt. Der bringt standardmäßig alles mit, dass diese Conversion einfach perfekt ohne große Probleme vonstatten geht. Wenn wir uns das mal anschauen, wir haben hinten am Heck hier einen TPU-Mount für die Antenne. Das ist Plug-and-Play, das passt auch perfekt. Dann haben wir hier vorne standardmäßig die DJI-FPV-Kamera. Also zumindest bei meiner Version war es so, dass da die Original-Kamera von der Air-Unit drin war. Die ist ziemlich genau gleich breit wie die neue Kamera. Aber dementsprechend war das wirklich Plug-and-Play. Auch die Punkte hier für die Verschraubung, das ist wirklich alles genau gleich. Plug-and-Play funktioniert wunderbar. Ein bisschen mehr Gedanken muss man sich dann bei der Unterbringung von der Air-Unit machen. Ja, ihr seht es hier unten, oder vielleicht seht ihr es auch nicht. Da ist die Air-Unit drin, so 45 Grad gedreht. Und zwar geklebt. Direkt auf das Carbon geklebt, also mit einem doppelseitigen Klebeband. Weil DJI auch sagt, okay, am besten irgendwie direkt aufs Carbon mounten, damit wir halt eine möglichst gute Wärmeabfuhr haben. Und kleben, ja, ist eigentlich die einzige Option, weil im Gegensatz zur Vista hat die neue Air-Unit keine Mounting-Points. Also wir haben hier keine Gewinde oder so in der Air-Unit. Wir können sie eigentlich nur klemmen oder kleben. Was mir bei der Montage direkt aufgefallen ist, also das Kamerakabel, das sollte wirklich lang genug sein, um so eine Standard-Konfiguration da gut bedienen zu können. Also 5-Zoll-Copter, wo dann die Air-Unit hinten ist und die Kamera vorne. Das sollte aus meiner Sicht ganz gut funktionieren. Die Antennenkabel, die sind teilweise ein bisschen kurz, aber es hat jetzt hier auch funktioniert. Ist halt hier ein bisschen blöd, weil die Air-Unit ja leicht gedreht ist. Deswegen brauche ich ein bisschen mehr Kabel, um dann nach hinten zu kommen. Aber hat eigentlich auch ganz locker ausgereicht. Ein bisschen mehr Kopfzerbrechen haben wir dann tatsächlich die Guards von dem Cinelog bereitet, weil ich mir schon gedacht habe, oh shit, das wird doch nie funktionieren und es wird einfach nur nervend und ätzend. Da hatte ich aber ein bisschen Unrecht. Und zwar, wie der Zufall so will, hat der Cinelog hier hinten in dem Frame eine Aussparung. Also so wie ich die Air-Unit jetzt montiert habe. Da ist auf jeden Fall hier in dem Prop Guard so eine Aussparung, die haargenau übereinstimmt mit der Position von dem SD-Karten-Slot. Ja, zugegeben, ein bisschen fummelig ist es immer noch. Also am besten hier mit Pinzette drangehen. Da kann man die SD-Karte am besten dann ganz schnell entfernen. Aber trotzdem, ich bin einigermaßen positiv überrascht, weil ich hätte es mir wirklich viel, viel schlimmer vorgestellt. Aber man muss sagen, an den USB-Port kommt man da halt so nicht mehr ohne weiteres dran. Ist für mich jetzt persönlich nicht so schlimm. Brauche ich ja eh nur zum Updaten. Und ich habe jetzt nicht vor, den internen Speicher großartig zu verwenden von der Air-Unit. Solange ich an die SD-Karte rankomme, bin ich eigentlich ganz happy. Hardwareseitig war das in dem Copter also nicht besonders schwierig. Auch der Anschluss an den Flight Controller war auch kein Problem. Einfach die Vista abziehen und das Kabel von der Air-Unit dran. So gesehen war Hardwareseitig also wirklich mehr oder weniger Plug-and-Play. Jetzt kommen wir mal dazu, wie bin ich jetzt den Copter die ersten Male geflogen. Also einmal hier mit der kleinen DJI-Funke. Ja, aktuell ist die neue Air-Unit nur mit dieser Funke kompatibel. Ich hätte mir gewünscht, dass es mit der alten, mit der großen, schwarzen, diesen Klopster auch funktioniert. Weil ich halt immer noch der Meinung bin, dass man so ein bisschen mehr Gefühl an den Pottis von der Funke hat. Aber okay, ich werde mich auch da dran gewöhnen. Ich bin sehr aktuell noch mit meiner Goggles V2 geflogen. Ja, ich hätte gern die Goggles V2 gehabt zum Fliegen, weil die ja nochmal deutlich mehr Auflösung haben. Aber auch hier drin hat man schon gemerkt, okay, die Power von dem System, die merkt man auch mit der alten Goggle. Jetzt kommen wir aber mal zu dem Punkt Inbetriebnahme von dem ganzen System, weil das ist das, wo ich persönlich einfach die meisten Probleme hatte und wo, glaube ich, auch der eine oder andere vielleicht noch ein bisschen drüber stolpert. Da musste ich auch ein bisschen rumgoogeln und suchen. Und ja, ein paar Leute in den Kommentaren von einem anderen Video haben mir da weitergeholfen, wie das Ganze funktioniert. Okay, als allererstes müsst ihr natürlich eure Air-Unit mal aktivieren und aktualisieren. Das Ganze macht ihr mit dem DJI Assistant, den findet ihr bei DJI auf der Seite. Das kennt ihr ja alles von der Funke und so weiter. Genau, da würde ich euch raten, sowohl die Goggles als auch den Controller als auch die Air-Unit mal anzuschließen und mal alles auf den neuesten Stand zu holen, damit wir halt auch sicher sein können, dass es halt dann miteinander funktioniert mit dem neuen Produkt. Bei der Goggles V2 gibt es jetzt noch eine Besonderheit, wo ich erstmal überhaupt nicht weitergekommen bin. Ich habe mir gedacht, wieso lässt die sich einfach nicht verbinden mit der Air-Unit? Und das Ding war, man muss die Goggles V2 erstmal in den Modus für die DJI FPV setzen, also für den großen, fetten, schweren Copter von DJI. Von da aus muss man dann das Update nochmal durchlaufen lassen. Es ist wohl so, dass die Goggles V2 zwei unterschiedliche Firmwares drauf hat. Das eine bezieht sich halt immer auf die normalen Vistas und so, was wir halt da so kennen und das andere bezieht sich halt auf das digitale FPV-System, was halt in der normalen FPV-Drohne drin ist. Und genau da müssen wir die Brille jetzt erstmal in den Zustand für die große FPV, die DJI FPV-Drohne setzen und dann nochmal an den Assistant anschließen und das Update halt machen. Wenn das dann durch ist, dann können wir die Brille neu starten und haben dann im Menü die Möglichkeit, auch das Gerät DJI Air-Unit O3 oder so heißt es auszuwählen und dann können wir erst die Brille mit dem Copter verbinden. Ist ein bisschen aufwendig, aber hat letztendlich dann auch so funktioniert. Ja, großartige Einstellungen in der Air-Unit oder in Beta-Flight habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich habe die Drohne mal an Beta-Flight noch angeschlossen, um zu schauen, wie denn die Konfiguration da jetzt ist und es ist so, dass wir da eigentlich die Air-Unit anschließen können und Plug-and-Play sollte das schon funktionieren. Bei mir war es jetzt so, dass Aufnahme starten und stoppen ist hier drauf, so wie es der Knopf halt auch besagt im Endeffekt und das Arming und Disarming ist halt hier drauf. Das heißt, wenn wir den Copter dann armen wollen, dann müssen wir in den manuellen Modus gehen. Natürlich muss der Throttle-Stick dann nach unten zeigen, aber so können wir die Drohne armen und disarmen. Ja, und dann kann es auch schon losgehen. Ich habe meine Akkus geladen, alles eingepackt und bin bei mir in der Gegend zu einem Modellfluggelände gefahren. War übrigens sehr cool, also sehr netter Austausch mit den Leuten. Die waren alle sehr aufgeschlossen. Man konnte ein bisschen über das Zeug quatschen. Die waren natürlich auch interessiert über das neue System da. Ja, und einer hat sich dann bereit erklärt, einen Spotter zu machen. Und so konnte ich dann halt meine ersten Testflüge machen. Und was für mich jetzt in dem ersten Eindruck mal besonders wichtig war, ist, wie ist die Videoübertragung? Wie gut funktioniert das? Fliegt der Copter noch so, wie er sich vorher geflogen hat? Wie sind die Flugzeiten, wenn ich ohne GoPro jetzt fliege? Und dann, wie ist natürlich die Qualität von der Videoaufnahme, die jetzt die Air-Unit so mit sich bringt? Okay, dann fangen wir mal an mit der Videoübertragung. Einfach nur stark. Megamäßig, also wie man das von der Avatar gewohnt ist. Man hat hier 25 Milliwatt, was einfach sehr, sehr wenig ist. Also mit der alten Air-Unit und der Vista bei 25 Milliwatt war das schon oftmals ein sehr, sehr starker Kampf, um da ein bisschen Range rauszubekommen. Also wir reden hier jetzt nicht von Kilometer weit wegfliegen. Aber teilweise waren die Distanzen, die man mit 25 Milliwatt halt schafft, wirklich sehr, sehr gering. Jetzt ist das Ding in 25 Milliwatt, bringt 50 Mbit pro Sekunde an Datenqualität. Also ein mega gutes Bild, was wir dann auch in der Goggle sehen. Und das ist wirklich top. Also, ja, bedenkt aber immer, ich bin erst ein paar Akkus geflogen. Mal schauen, wie sich das so in Zukunft entwickelt. Kommen wir zur Flugzeit. Und die ist einfach sagenhaft. Wenn ich keine extra GoPro mehr mitschleppen muss, ist es einfach Wahnsinn, was ich für Flugzeiten da hinbekomme. Ich werde das mal noch ein bisschen ausführlicher testen, aber das war wirklich gigantisch, wie viel mehr Flugzeit ich jetzt damit schaffe, wenn ich halt nicht die GoPro mitschleppen muss. Wahnsinn, richtig krass. Und dann kommen wir natürlich noch zur Videoqualität. Und da habe ich zwei unterschiedliche Sachen jetzt mal ausprobiert. Einerseits bin ich mal geflogen in dem Field of View weit und dann kann ich nämlich ohne Stabilisierung fliegen. Und was das bedeutet, ist, dass dann halt die Gyro-Daten mit abgelegt werden. Dann kann ich das in Gyroflow dann wieder stabilisieren, also quasi genauso wie bei der Avatar. Bin dann auch noch im Blickwinkel ultra weit geflogen, weil dann kann ich direkt das interne Rocksteady halt auch mit aktivieren. Kann dann im Nachgang natürlich nicht mehr Gyro-mäßig stabilisieren, aber ja, das hat mich natürlich auch interessiert. Und ich werde euch jetzt mal ein paar kleine Demo-Clips einblenden. Ja, ist ein bisschen weniger geworden, weil ich, um ganz ehrlich zu sein, in der ganzen Aufregung vergessen habe, teilweise aufzunehmen. Also das war mein Fehler. Das ist übrigens sehr cool, dass wir jetzt hier nicht immer den ganzen Flug mit aufzeichnen müssen, so wie es bei der GoPro halt der Fall ist, sondern wir können dann einfach sagen, okay, ab jetzt soll die Aufnahme laufen. Ich drücke meine Taste zum Aufnehmen und wenn ich dann den Shot halt habe, dann beende ich die Aufnahme. Und kann mir somit ein bisschen Speicherplatz sparen. Sehr cool. Also ich würde sagen, mit Rocksteady sieht das Ganze wirklich stark aus. Und die Bildqualität im Allgemeinen, finde ich, ist auch voll in Ordnung. Die kann zwar jetzt nicht unbedingt mithalten mit so einer GoPro Hero 11 oder so, aber für mich persönlich, wenn ich mir überlege, dass das eine Option ist und ich halt dann nicht immer das Ganze mit dem GoPro-Zeug dann noch im Nachgang machen muss, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass ich die ein oder anderen Sachen dann in Zukunft einfach nur auf der Air Unit film. Okay, dann kommen wir mal zur Gyroflow-Version. Und da ist mir aufgefallen, dass da so ein bisschen Chitter im Hintergrund ist und da muss ich mich noch ein bisschen drum kümmern. Da habe ich schon ein paar Gedanken, woher das kommen könnte. Einerseits sagt DJI selber, dass es unter Umständen mit der PWM-Frequenz zusammenhängen kann. Die PWM-Frequenz sollte nach Möglichkeit nicht auf 24 kHz stehen, weil die Kamera da halt auch in einem ähnlichen Frequenzbereich arbeitet. Und dann kann es natürlich zu Störungen da in dem Fall kommen. Muss ich mal schauen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, auf was die Motoren da aktuell stehen. Aber eine andere Sache könnte natürlich auch ganz einfach die Ursache sein, nämlich hier der GoPro-Mount. Ich bin ganz einfach mit dem GoPro-Mount geflogen. Der ist dann natürlich hier oben und kann dann natürlich hier hin und her wackeln, weil die Kamera, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht, die hängt quasi an dieser Platte und die Platte ist hier gedämpft und da hängt halt auch direkt der GoPro-Mount mit dran. Das kann halt einen ähnlichen Effekt haben, dass ich halt hier diesen Chitter reinbekomme. So oder so, ich werde mir das mal anschauen und bin eigentlich guter Dinge, dass ich das dann noch rausbekommen werde. Und ja, bin auf jeden Fall super gespannt, wie sich die O3 Air Unit in Zukunft noch schlagen wird. Das war's für heute. Wenn du das Video interessant fandest, Daumen hoch, Abo dalassen und mich würde natürlich noch interessieren, was ihr davon haltet. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr Antworten habt, schreibt auch die gerne unten in die Kommentare. Also lasst uns da ein bisschen gegenseitig so aushelfen. Wie gesagt, wenn ihr euch für die Produkte interessiert, die findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich bin raus für heute. Ciao.